Oh, acht Clay. Was hat es da auch was? Oh, hier haben wir auch Eimer. Oh, ich nehme es einfach mal mit. Und es sind auch noch mal Diamanten. So viele Diamanten überall. Ähm, das war es auch schon wieder. Womit baut man Ton ab? Mit der Schaufel oder mit der Spitzsacke? Na, Schaufel. Warum sagst du das? Ich habe Kopf gesagt Spitzsacke. Und dann hast du dein Mund geöffnet und es kam das Wort Schaufel raus. Ich war gar nicht ganz für Dutzung, warum es so viele Fehler gibt. Da ging mir ein. Ja, klar. So, ähm. Jetzt behalte ich mal noch. Gut, nee, falsch. Ähm, ach da. Ich habe jetzt eine Eierenschaufel. Die ist aus Eieren. Scheiße, hier habe ich einen Button gemacht. Keiner will Buttons. Ich kann auch nachher noch ein bisschen blöd. Terrorform. 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 Das liegt immer so geil, wenn man das sagt, oder? Ich fühle mich aber wie so ein richtiger, professioneller Typ. Professioneller Terrorform. Ja, das ist so Terrorform. Terrorform. Ich kann heute Abend nicht auf die Party. Ich muss noch etwas Terrorform. Verstehst du? In Minecraft. In Minecraft. Und? Hast du schon 10 Minuten aus dem Klee? Nee? Weiß ich nicht. Das ist nämlich gar nicht so leicht, hä? Hm. Sehen tue ich rein gar nichts. Läuft ja schon mal super. Läuft. Hm. Mein Gott. Guck mal, ich habe hier irgendwo Klee. Wann erkennt man den nochmal? Er ist weiß. Toll. Steine sind auch weiß. Steine sind weiß. Ja. Ja. Ah ja, ich habe Klee gefunden. Er hat Klee gefunden. Ich habe 64 Klee. Was? Ja. Wie hast du denn, wie hast du so viel Klee? Was? Ah, ich habe auch gebaut. Wo bist du? Ich bin einfach zum Klee-Fachhandel gegangen. Und habe mir Klee geholt. Was? Ich gebe nie so viel Klee. Wo ist denn der Klee-Master? Wo ist denn der Klee-Master? Klee-Master? Muss doch irgendwo im Wasser sein, oder? Ja. Wo bist du denn im Wasser? Äh, hier hinten? Bei meinem Haus. Na, nee. Da bin ich auch. Aber ich sehe dich nicht. Ich kann... Was ist nämlich gerade zu riechen? Nein, das ist Schweine, weil ich es nicht sehe. Ach so. Kann sein, dass ich zahle nicht, dass ich unter Wasser bin. Oh. Oh, 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 sterbe, sterbe. Ach, puh. Mach doch sowas nicht. So, jetzt muss ich mal das alles abgebaut haben, ja. Okay, und hier noch. Oh Gott, man sieht unglaublich viel unter Wasser. Kannst du mir einfach eine Fackel in die Hand nehmen? Oh, stimmt. Oh, Luft. Au. 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 Oh. Ich hab's versessen. Ich verdurste fast. Besser, ich esse was. Such logic. So. Hm. Bist du? Ich bin hinter deinem Haus an so einem Wasserfall, der runter geht. Ach. Suche gerade. Da ist nämlich noch ein kleines Stück Clay. Welches ich mir schnappen werde. Da bist du. Wo bist du? Ach, da. Hi. Hi. Oh, du bist so süß, bin du von oben. Ich habe 64 und 52. Ähm, ich habe 40. Und davon... Zum Glück ist Clay sehr ertragreich. Davon hatte ich glaube ich schon ein Viertel vorher. Ah. Soll ich jetzt mal wieder da hochkommen. Mann. Schwimm ich einfach hier so rum. Gut. Dann werde ich dann jetzt dann Blumentöpfe draus machen können. Yay. Die werde ich mir mit Stickern bekleben und bemalen und was weiß ich. So. Ich kann dich sehen. Kannst du mir bitte den Clay geben? Danke. Danke. Du bist der Beste. Oder so. The Beste. Was hast du für geholfen? Ich habe... ... ... ... ... ... ... Was war es gerade für ein Blinkblinkblink? Das war mein Handy, das sagt, dass es aufgeladen ist. Oh. Oh. Komm schon, lass mich hier hoch. Oh. Ich bin zu blöd manchmal. So. Ähm. Clay. Rein mit der Scheiße. Und hier unten. Nochmal Clay. Rein mit der Scheiße. Und dabei etwas trinken. Ich habe den Eistee geholt. Oh. Und einen Salat. Und da war ein Stück Marienkäfer drin. Lecker. Ich habe es ausgetan und weiter gegessen. Lecker. Ich hatte Hunger. Ach, die werden dann zu Pricks. Könntest du diesen Pricks dann auch die Dings machen? Blumentöpfe? Das kann gut sein, ja. Ja, gut. Das war keine Bestätigung. Doch. Das war eine Annahme. Meinerseits. Du weißt doch, dass ich dir aufs Wort vertraue. Und wenn du mir das sagst, dann denke ich natürlich, dass das so ist. Ja. Ja. Du wirst, kannst du auch im Creative Mode was bauen. Ja, darf war das denn? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass etwas Legales ist. Ich meine, das wäre doch voll unreal und so. Ja, das stimmt. Aber ich würde dir doch nicht den Spaß nehmen, weil wir wissen auch alle, was du für ein kleines, kreatives Köpfchen bist. Verstehst du? Ein bisschen schon. Und das muss dir natürlich deine Freierungen geben, den du brauchst. Das ist, äh... Dass du dich entfalten kannst und so. Weil wir ins Bett gehen, das wäre cool. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Und diese nervige... F... Junge Dame. Junge. Ja. die tageszyklen sind viel zu kurz. oh nein. was ist los? ist der creeper wie er da? nein, ich hab mein handy angemacht und da ist direkt die app losgegangen. ich wollte nur kurz drauf gucken. das handy so kling ploing. töte mich. hast du schon mal einen übel geilen swimming whirlpool gesehen? mein was? mein swimming whirlpool. mein swimming whirlpool? ja, der wört und zwimmt. den hab ich glaube ich noch nicht gesehen. boah, das ist was. der ist voll geil. so, wie machen wir denn das jetzt hier mal? er kluppert leider noch nicht. das muss ich ihm noch beibringen. das ist irgendwie sehr enttäuschend. so. das sieht so ein bisschen traurig aus. ich weiß auch nicht. kann ich da nichts drauf stellen? was? da kann man nichts drauf stellen, scheiße. was ist denn los? boah, runtergefallen. ich dachte schon, dein skrotum tut weh. ich wollte das schon immer benutzen, dieses wort. skrotum? ja. du hörst ja ganz schön mit ein paar rufen mit feirausdrucken um dich. ja, ich bin ganz schön gebildet, he? ja. wahnsinn. oh Gott. Blume! Blume! so. ich hab keine schere. Ich will gerade die schafe scheren. das ist alles gar nicht so einfach hier mein lieber nicht nee das ist ziemlich schwierig ich habe so dass sie immer wieder hier zu bestehen in dieser welt pay to win keine ahnung jetzt verstehe ich options video settings ich verstehe die grafik fancy spiel kann mit der grafik rum musst du nämlich wissen was unverschämt schwer ist ich nehme an du nimmst an du nimmst an oder schlag einfach mal ein paar holen eine schere und was da ist und wenn ich das aufnahmen mit dem haus fertig einigermaßen das wäre schön dann kann ich mich in den sachen widmen vielleicht gehen wir noch mal ein sanchen oder so was auch immer das sanchen ist aber es wäre da so das sieht das gut aus ist einfach nur so ein hessischer klotz aber ich bin nicht so gut in dem baum von häusern ich muss das glaube ich alles noch ein bisschen üben oder was denkst du ja das haus über das so das üben muss naja das ist das haus bauen üben muss habe ich gar kein eisen ist ein bisschen wahnsinn ist ein haus auch ganz ganz gut das ist aber einfach nur so ein klotz halt verstehst du das haus von elik und dir die sehen so voll bäm aus meins ist so modern sagen wir es mal so ich kann es halt nicht mehr so sind hier mal ein paar sapdings dabei drei haben wir oh da ist noch einer und noch einer reiche Beute meine Genossen ich konnte schon das eisen vergessen so ich habe es auf jeden fall ein dach da komme ich auch gleich mal gucken aber es ist noch ein bisschen was ähm 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 eisen da ganz aus deck ich habe doch eisen dabei oh wie blöd bin ich denn es ist unglaublich es ist unglaublich jetzt gucke ich mal ganz kurz auf den Zeppling oh so viel zu tun ich bin aber fordert stop so sind hier noch ein paar Zepplings ja ein oh kein Wusch da doch noch eine kleine Blume ist schade so wirklich ist hier nichts ist ein bisschen schade na gut dann gucken wir mal ganz kurz beim Lob von zwei hinterher weil wir nicht gucken was er macht ich habe mich nicht eingeladen er will nicht unbedingt dass wir vorbeischauen nach Informationen er freut sich schon total er ist schon total hibbelig der kleine da braucht er sich nach oben dass wir nicht mit hoch können oh ist das nicht süß so aha 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 ist versteckte Bett warum ist das offen mal zumachen hier so weh das ist ein Creeper oh ist etwas sehr türmliches um mich zu sagen etwas förmliches oh das ist richtig aus massivem Holz da kam ja gar nicht bis ganz hoch ich seh dich das stimmt ich seh dich ich seh dich ich seh dich hi da ist es das ist ich nehm ich bin das ist